Hallo! Jetzt kommt der Witz der Woche! Der achtjährige Kai sitzt abends im Kino. Eine Dame auf dem Nachbarsitz fragt ihn, so jung und alleine im Kino, wo hast du denn die Karte her? Von meiner großen Schwester. Und wo ist deine Schwester? Zu Hause, sie sucht die Karte. Das war der Witz der Woche!